Hallo, ein Video zu den Port-Scanning-Techniken hier auf der rechten Seite. Bevor wir mit TCP anfangen, nur kurze Wiederholung, wir erinnern uns, das sind wir, das ist unser Objekt und wenn wir jetzt eine TCP-Verbindung aufbauen wollen, dann schicken wir erstmal ein Paket, und zwar ein sogenanntes SYN-Paket, dann schickt dieser hier uns ein SYN-AG-Paket und sagt uns, ja, ich habe das erhalten und dann sagen wir ihm mit einem AG-Paket, ah ok, wir haben auch dein SYN-AG-Paket erhalten, der 3-Way-Handshake, der 3-Wege-Handschlag. Ok, wir behalten das kurz im Hinterkopf und fangen an. Wir sind hier, unser Ziel-Objekt ist hier und wir schicken jetzt ein SYN-Paket an das Ziel, an den Port, den wir untersuchen wollen. Ist der Port offen, bekommen wir ein SYN-AG zurück. Und dann, dann wissen wir, dass der Port offen ist und sind fertig. Dann senden wir noch, also wir müssen nicht, aber wir können noch ein Reset senden, um zu sagen, ach ne, wir wollen die Verbindung doch nicht haben. Das ist ein TCP-SYN-Scan. Ok, was ist der TCP-Connection-Scan? Das ist eigentlich ganz einfach, das sind wir, das ist unser Ziel und wir bauen einfach eine ganz normale TCP-Verbindung auf. Schicken dann keine Informationen rüber und sagen, nachdem wir sie aufgebaut haben, wieder, ach ok, Verbindung wieder beenden. Und dann wissen wir auch, ist der Port offen oder nicht. Wann würde man einen TCP-Connection-Scan benutzen? Dann, wenn man den SYN-Scan nicht benutzen kann. Der TCP-Connection-Scan benutzt einfach die Funktionalität vom Betriebssystem zum Verbinden und das im Unterschied zum TCP-SYN, was nicht die Funktionalität des Betriebssystems benutzt, sondern einfach nur von der Software aus direkt auf die Leitung schreibt sozusagen. Ok, UDP-Scan, auch nicht so schwer. Hier sind wir, hier ist unser Ziel und wir schicken einfach ein UDP-Paket an unser Ziel, an jeden Port, den wir halt untersuchen wollen. Das kann man mit Payload machen, das kann man ohne Payload machen. Im Fall, wenn man Nmap benutzt, dann wird für Ports, die so allgemein, sie nennen es für More Common Ports, da wird ein kleiner Payload mit reingegeben. Hintergrund ist, dass meistens, wenn der Payload leer ist, egal ob der Port offen oder zu ist, einfach keine Antwort erscheint. Wichtig beim UDP-Scanning ist, dass man das Ergebnis richtig interpretiert. Im Fall von Nmap sieht das so aus. Hier mal in Textform, wenn wir irgendeine Antwort bekommen, dann ist der Port vermutlich offen. Wenn wir gar keine Antwort bekommen, sogar nachdem wir es neu gesendet haben, weil ja vielleicht ist das Paket ja einfach nur verloren gegangen, dann wird er interpretiert als offen oder filtert. gefiltert, Entschuldigung, das ist halb englisch, halb deutsch. Wenn eine ICMP-Nachricht, Port Unreachable, kommt, dann wird der Port als closed angesehen, als geschlossen angesehen und wenn irgendeine andere Unreachable-Fehlernachricht vom ICMP-Protokoll kommt, dann wird der Port als filtert angesehen. Aber das nur nebenher, denn die eigentliche Technik ist einfach nur Sende Pakete an Ports mit dem UDP-Protokoll und guckt ihr dann die Antwort an. Okay, als nächstes der Null-Scan, der Fin-Scan und der Christmas-Scan. Den Hintergrund erkläre ich gleich erstmal, was passiert. Wir senden einfach ein Paket, wir können das auch nochmal kurz aufzeichnen, das sind wir, das ist unser Ziel und wir senden einfach ein Paket an den Ziel-Port und zwar mit den folgenden Flags. Beim Null-Scan sind die Flags Syn, Reset, Acknowledge, Fin, Push, Urgent alle auf False. Beim Fin-Scan sind alle auf False, außer das Fin-Flag. Und beim Christmas-Scan sind Syn, Reset, Acknowledge alle auf False und Fin, Push und Urgent alle auf True. Und irgendwie, weil die alle True sind, soll das aussehen wie ein Weihnachtsbaum. Ich habe keine Ahnung, warum, aber das braucht uns nicht interessieren. Okay, aber dann räumen wir das nochmal kurz auf und jetzt kommen wir zum Hintergrund. Es gibt die sogenannte RFC 793. Da steht das folgende drin. Wenn wir ein einkommendes Paket haben, was das Syn-Flag, das Ag-Flag und das Reset-Flag alle auf Null hat, dann antworten wir in zwei verschiedenen Versionen. Entweder wir antworten mit einem Reset-Paket, falls der Port zu ist, oder wir antworten gar nicht, falls der Port offen ist. Und hier habe ich ein S vergessen. Und deswegen, das ist der Hintergrund zu diesen ganzen False-Dinger, die hier stehen. Die Basis bietet diese RFC, was da drin steht. Deswegen müssen die alle auf False gesetzt sein. Und dann kommen wir quasi in die RFC rein. Und dann kommt es einfach nur darauf an, was wir mit den restlichen Flags machen. Machen. Stimme geht runter, Entschuldigung. Okay. Was ist der Vorteil von diesem Scanning hier? Wenn wir non-stateful Firewalls oder Router haben, dann kriegen die das nicht mit. Also dann rutscht das Paket durch. Warum? Weil die würden einen non-stateful Router zum Beispiel blockieren scheinbar mit Syn-Flag 0. Entschuldigung, mit Syn-Flag 1 und Acknowledge 0, weil das ja das erste Paket ist zum Ich will eine Verbindung aufbauen. Die werden alle weggeworfen von den Routern. Und da aber bei uns das Ding hier auf 0 steht, geht das einfach durch die non-stateful Firewall durch. Okay. Warum funktioniert das nicht immer? Diese RFC 793 wird nicht von allen Betriebssystemen genauso umgesetzt, wie sie da steht. Angeblich zum Beispiel setzt Microsoft Windows das nicht so um oder manche Cisco-Systeme. Cisco. 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 Cisco-Systeme. Aber Linux-Systeme scheinen das schon so in der Form umzusetzen. Das heißt, Linux-Systeme könnte, oder Unix-Systeme war das, glaube ich, kann man in der Form eventuell so scannen. Und am Ende vielleicht nochmal meine Quellen angeben. Wer mehr zum Thema wissen will oder vielleicht das Ganze nochmal in Textform haben will, guckt sich einfach diese Dinger hier an. Eventuell gibt es hier auch auf Deutsch übersetzt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.